Seit Jahren Schuldenkrise, Euro-Krise, Finanzkrise, Arbeitslosigkeit und FDP. Ja, immer FDP. Bei der FDP zumindest muss man sich im Augenblick ein bisschen umstellen. Diesen Westerwelle konnte man ja noch richtig hassen. Den Rösel, den möchte man immer in den Arm nehmen, den kann man doch nicht hassen. Unser frisch, aber leider nicht ganz durchgebackene Vizekanzler. Den möchte man immer trösten. Komm, Junge, ist alles nicht so schlimm. Das wird noch, du wächst noch. Oder was man so sagt in so einer Situation. Aber ansonsten, in der ganzen Misere, das Einzige, was wirkt, wo sie sich wirklich immer wieder was Neues einfallen lassen, sind ja diese biologischen Epidemien, mit denen sie versuchen, uns auszurotten. Da haben sie ja Einfallsreichtum. Wissen Sie noch genau, in welcher Reihenfolge wir jetzt schon an Rinderwahn sind, an Vogelgrippe, an Schweinegrippe, an Dioxineiern und Ähnlichem zur Runde gegangen sind? Jetzt haben sie ja diesen Sommer wieder was ganz Neues, das hat man noch gar nicht. E-H-E-C, nein, das ist nicht der neue europäische Rettungsschirm. Der heißt E-F-S-F. Das heißt, europäische Finanzhilfen scheitern fürchterlich. E-H-E-C stand für E-HEC, jetzt haben sie es wieder, ne? E-HEC, das ist Ehe mit C, also christlichen C daran. Spanische Gurken lösten den islamistischen Terrorismus von der Top-Position der Bedrohung ab. Und wie das bei uns mit der Sippenhaft so ist, insgesamt wurde Gemüse völlig unverkauft. Und da stellte sich am Schluss raus, es waren doch nur die Sprossen. Nur die Sprossen waren gefährlich. Und wo kamen die her? Aus Ägypten, arabische Sprossen, meine Damen und Herren. Da habe ich wieder auf die Schlagzeile gewartet, Bio-Terror durch Al-Qaida. Ich fand es allerdings sehr schön, dass diese E-HEC-Bakterien ja offenbar in Rinderdärmen entstehen. Und diesmal vor allem die Vegetarier betroffen waren. Da hat sich die Fleischlobby doch mal was einfallen lassen. Auch der Vegetarier hat ein Recht auf Nahrungsmittelpanik. Ich finde es immer völlig erstaunlich, worüber die Menschen hier in Panik geraten und worüber sich kein Mensch aufregt. Stellen Sie mal folgendes Szenario vor. Stellen Sie mal vor, in deutschen Imbissbuden würden sich jedes Jahr 500.000 bis 600.000 Menschen mit einem gefährlichen Keim infizieren. Und davon würden bis zu 15.000 Menschen jedes Jahr sterben. Da wäre doch hier Panik angesagt, oder? Das Gesundheitsministerium würde vor dem Besuch von Imbissbuden warnen. Und die Boulevardpresse würde sich überschlagen. Der Vampirimbiss mit den Killer-Buletten. Jeden Tag würden die größten Fritteusen, Ferkel und Frikadellenschweine an den Pranger gestellt. Zum Glück kann sowas ja gar nicht passieren. Weil es gibt Hygienevorschriften für Imbisse in Deutschland. Und da müssen Sie auch dran halten, weil das wird kontrolliert von straitlichen Kontrolleuren. Das würde doch eine Bevölkerung wie die Deutsche niemals akzeptieren, wenn es eine öffentliche Einrichtung gäbe, in der sich jedes Jahr bis zu 600.000 Menschen mit einem Erreger infizieren, an dem bis zu 15.000 Menschen sterben. Das würden wir doch nicht akzeptieren, oder? Oder doch? Es kommt vielleicht auf die öffentliche Einrichtung an. Um Sie mal kurz zu beunruhigen. Es gibt so eine öffentliche Einrichtung. Und nein, es sind nicht die Bahnhofstoiletten. Und auch nicht die Hinterzimmer der Fixerstuben. Es sind die deutschen Krankenhäuser. In deutschen Krankenhäusern infizieren sich jedes Jahr bis zu 600.000 Patienten mit Keimen, die es nur in Krankenhäusern gibt. Deshalb muss man ja extra dahin. Und bis zu 15.000 sterben daran. Und das Phänomen ist auch seit Jahren bekannt. Das ist alles nichts Neues. Insider haben schon immer gescherzt. Dass es sich unter Infektionsrisiko-Gesichtspunkten gesehen, sehr viel sinnvoller ist, sich auf einer Waldlichtung operieren zu lassen, als in einem OP. Trotzdem kommt hier keine Panik auf. Entschuldigen Sie bitte mal, wir reden über 40 Tote am Tag. 40 Tote am Tag durch Keime, deren Ursprung und Brutstätten im Robert-Koch-Institut sehr gut bekannt sind. Da müsste doch das Gesundheitsministerium mal warnen, oder? Nein, nein. Umgekehrt wäre es gelaufen. Hätten die Gurken- und Sprossenverkäufer weiße Kittel getragen und einen Doktortitel gehabt, dann hätten die keine Absatzprobleme gekannt. Und obwohl in vielen Studien seit Jahren immer wieder bewiesen worden ist, dass sich ein Großteil dieser Infektionen in den Krankenhäusern verhindern ließe, wenn die Ärzte sich an minimalste Hygiene-Vorschriften halten würden, zum Beispiel das Händewaschen nach jedem Patienten-Kontakt, kommt bei uns keine Panik in der Presse auf. Es gibt keine Artikel über das Chefarzt Ferkel von der Todesstation oder die Killer-Visite vom Handwaschmuffel. Aber jetzt wird die Regierung aktiv. Haben Sie es bemerkt? Im Schatten der Ehekrise, ganz geschickt platziert auf dem Höhepunkt der Ehekrise, hat das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Der soll die Krankenhäuser jetzt zwingen, einfachste hygienische Regel einzuhalten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren. Die müssen diesen Ärzten per Gesetz vorschreiben, sich an einfachste hygienische Regeln in Krankenhäusern zu halten. Und das, wo diese Ärzte seit Jahren rumjammern, dass die Versorgung der Patienten nur sichergestellt werden kann, wenn ihre Honorare erhöht werden. Also ich schlage eine Handwaschprämie für Ärzte vor, mit einem Chefarztzuschlag, meine Damen und Herren. Vielen Dank.